So, ich möchte weitermachen mit Michael Roberson, den viele von Ihnen, weil sie ja Krimi-Liebhaber sind, schon kennen. Und man kann sich natürlich fragen, warum ich ein Buch empfehle, dass es 17. des Autors ist und nach Erscheinen auf Platz 1 der Bestsellerliste war und außerdem das 3. in einer Reihe. Also eigentlich Blödsinn, aber dieser Autor hat mich mein eigentlich, ja, ich würde mal sagen, zwei Jahrzehnte meines buchhändlerischen Lebens so großartig begleitet und ich freue mich immer noch jedes Mal, wie verrückt, wenn ein neues Buch von ihm auf den Markt kommt, weil der einfach von einer derartig gleichbleibend guten Qualität ist. Unfassbar spannend, dass ich ihn jetzt einfach mal wirklich hochhalten möchte, weil es soll ja immer noch Leute geben, die ihn nicht kennen. Bei der Erstgeborene handelt es sich um den dritten Band mit dem forensischen Psychologen Cyrus Heaven. Er hat ein grausames Schicksal erlitten. Sein älterer Bruder Elias hat mit 19 Jahren in einem Akt unvorstellbarer Grausamkeit die gemeinsamen Eltern und die beiden kleinen Zwillingsschwestern umgebracht. Elias leidet an Schizophrenie, er lebt in einer Nervenklinik und Cyrus ist ein Vormund. Jetzt, nach 20 Jahren, ist er medikamentös so eingestellt, dass die Psychiater ihn entlassen könnten. Die andere Hauptfigur ist die 21-jährige Evie. Sie lebt bei Cyrus im Haus, eine hochbeschädigte junge Frau, für die Cyrus ebenfalls bis zu ihrer Volljährigkeit die Vormundschaft hatte. Evie hat eine unerhörte Vorgeschichte, ihre Identität ist geschützt, sie hat eine ungewöhnliche Gabe, sie weiß, wann jemand lügt. Das erkennt sie mit absoluter Sicherheit. Zu diesem Fall. In einem Abwassergraben wird eine weibliche Leiche gefunden, die Haare sind abrasiert, sie ist auf ungewöhnliche Weise gefesselt. Und acht Jahre zuvor wurde schon einmal eine Frau, gab es eine Frau, der dies angetan wurde, die ist aber mit dem Leben davongekommen. Sie hat eine neue Identität erhalten und für diese Tat ist ein Mann verurteilt worden, der jetzt auf Bewährung freigelassen wurde. Ja, es verschwinden noch zwei Frauen. Eine von ihnen war zu Gast in der Bar, in der Evie abends kellnert. Und sie glaubt zu wissen, zu wem sie ins Auto gestiegen ist und mit wem sie weggefahren ist. Ja, Robeson weiß also viel über die Abgründe von Menschen. Er muss sich sehr intensiv mit Soziopathen und Psychopathen auseinandergesetzt haben. Und er schreibt einfach unglaublich gut und spannend. Und wer eben noch kein Buch von ihm gelesen hat, sollte unbedingt mit dem ersten Band von Cyrus Heaven anfangen. Das heißt Schweige still. Der zweite ist Fürchte die Schatten. Es wird dort auch die persönliche Geschichte von ihm und auch von Evie erzählt. Das ist manchmal harte Kost, das muss ich Ihnen sagen, aber es ist einfach unglaublich gut.